moin moin mein lieben freunde herzlich willkommen zum großen preis von australien mit dem virus hallo wenn ich ein rückspiel gucke ich die krise ich darf nur gut nach vorne schauen und wir nicht zukommen lassen sonst ist dann wie schaum mit v oh gott mercedes und zweimal ferrari 5 runden und dann schon reife wechsel auf super weich ja nee das kann ja werden vor allem du musst dich ja so ein bisschen damit ein team kollegen ist da auf wasser nicht zur gleichen zeit die aber schnell diesmal ja ja voll start verpennert guten start hingekriegt der camelo diesmal meine güte ist der camelo froh ich wird von allen seiten gezimmelt hier ich die helfer der hat mich doch blöde sau der fettel kämpft mit dem hamilton die gehen zu zweit durch die kurven roh ich kann nur hinterher fahren weil ich nicht vorbeikomme ja pass auf die streiten sich schön dann hast du gleich roten flügel mann eine alternative ich wollte gerade schon markt dazu sagen weiß ja jeff botter sind an mir erste renn der saison und ich habe mal gescheiten start von gekriegt die letzten waren ja alle grausam wo der fettel hat den hamilton gecash jedoch nicht ja ich habe bot das recht hinter mir jetzt habe ich aber die faxen dicke weiß ich will die ganze zeit dazugucken oder wein hey da wir uns sich dazwischen gedreht macht ruhig weiter so dahinten ich muss auch hier gucken dass ich jetzt die gehalten krieg und dann gleich rein fahre besser wäre es da vorne rechts rote scheiße aber der hamilton versucht mir jetzt hinterher zu jagen sondern mal versuchen kommt doch um mann versorgt wieder alles ist eine scheißrote kackteil da ja mal ausbremsen scheiße mach das ruhig ja ja welche runde habe ich zwei drei von 20 dritter von 20 zweite von 15 ja bei der fünften soll ich erst rein oh mein gott niss alter hamilton hör auf gast zu geben verpiss dich und jetzt dass der erst aktiviert das gefällt mir war ja jetzt ist nichts mit zurück gehen nach hinten halten na ja 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 ich weiß doch ist das ist das zu pissen ist das ja das ja bremsen haben nicht gepackt zu spät und dann hast du dich mit dem bot das weg gehauen ja cool ich wollte dass ich weiter quatsch mal der blöde chef der labert ja auch immer zwischendurch ich muss jetzt auf jeden fall ein feld ein mercedes weniger der ein vorn auf dem sack gehen kann ich finde das nicht toll ich arbeite gerade für dich nicht gegen dich ja sehe ich auch so bin ich gut partner aber der hamilton der gibt ganz schön galle dahinter wir und mein teamkollege dümpelt irgendwo hinten rum einer fall mit 30 die boxen gasse mann 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 man kann darüber treiben jetzt die strafe noch absetzen hier als er auch noch ein bot ausgedreht habe hallo ach so ja ja normal gibt es ja nur eine verwarnung da muss ja schon mehr angestellt haben der stand quer siehst du mehr alter der hamilton kommt immer näher mein gott das gibt es noch gar nicht aber weiße linie auch mann vergessen gar nicht dran gedacht komm schon schneller kleiner toro rosso äh los schon schnee jo die reifen sind langsam ich glaube da werde ich mich diese saison sehr daran gewöhnen müssen dass ich nicht mehr die schnellsten zeiten fahren werde gut das ist noch keiner der box ich glaube einer okay so wie es aussieht ne doch nicht alle weitergefahren ich fahre jetzt auch noch eine runde und dann ist bei mir auch ich muss gucken dass ich jetzt irgendwie rankommen dann sagen wir weiß nicht wann die anderen ach ja kürzt doch ab ich wollte ich doch gar nicht damit ich da nicht so ein paar plätze wieder reinschmeißen kann ja besser ist es ich bin ganz schön weit weg so lange ich mich abstand zum teamkollegen liegt bei 50,1 sekunden abstand zum teamkollegen 50 sekunden all das ist viel oh ja das besser als ich mit den dreher mit hamilton ach ich kann mich da nicht hin reingefahren ich muss mir mal gucken ob ich mir so einen rampschutz von der dralle machen weiße boxenstopp der benzinstand sieht super aus du hast ihn gut im griff fahrer hinter mir hey 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 man das gibt's doch nicht ist das ein müll boah stront so afan hallo du bist schwer beschädigt und du hast viel abtrieb am wagen verloren ja ja ein antrieb und ein bla 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 boah jeff ey der virus haut sich wieder selbst kaputt ja spoiler wieder rot karre wollte nicht bremsen ach man ja da fahr ich halt wieder rein ja geht los fängt gut an die saison ach da scheiße ich doch drauf ey ich bin kein guter rennfahrer ich verkackt immer das ist nicht mehr ist nicht meins aufhören wir es doch ja 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 ach fahr doch ein boah bis zum nächsten rennen stelle ich diesen drecksack aus ey beim letztes mal schon gemacht haben ja zu früh gedrückt shit los 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 Oh, die Hämmelwurst ist auch eingefahren. Scheiße. Guck mal. Guck, Alter. Guck mal, jetzt sind wir Runden, die mich schon hereinchen können zumindest. Oh, ich hab die Hämmelwurst direkt hinter mir. Der hat einen super Boxenstopp, der Kerl. Ja, la, 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 la. Guck mal, die werd ich alle gar nicht kriegen. Die sind jetzt alle in der Box, ey. Also bleib ich letzter, das ist schön. Ah, ist sehr schön. Ja, ach, jo. Zweite Saison, ah, fängt ja schon geil an. Gut, dass das noch ein Spiel ist. Geht ja um nichts. So, wollen wir doch mal gucken, dass wir da ein bisschen... Oh, der Magnussen hat sich noch zwischen mir und den Hamilton gequetscht, alles klar. Gut, aber der muss ja auch noch an der Box runter. Er bringt mir das nix. Oh, Reikön vertrauen. Sehr schön. Oh, der Verstappen ist auch reingefahren. Jetzt hab ich nur noch den Virus vor mir. Jetzt fährt der Rest rein. Genau, jetzt fahren die rein, die noch nicht waren. Ja. 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 Team-Kollege. Puh, ey. Wir sehen geregfügig geschehen am Frontflügel. Schon in den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Noch kann ich gar nicht, Team-Kollege. Gut, okay. Status-Report. Okay, der Wagen vor dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen vor dir ist jetzt ums. Ja, dass ich das mit den Reifen mit Ziel schaffen muss, war mir schon klar, Jeff. Oh, okay. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. Um so viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ich bin erster von hinten, lalalala. Ah, das ist ein wenig freie Bahn. Ja, aber wenn ich nach hinten gucke, kriege ich Schweißperlen. Echt? Hast du auch genug Abstand? Fahrer vor mir. Alter, Alonso. Gar nicht mal schlecht, der Kollege. Boah, ey. Boah, ey. Ach, die Runden, die ziehen sich jetzt. Ey, das ist ja schlimm. Oh ja. Langsam wieder rausbeschleunigen und dann Gibi. Teamkollege in der Boxengasse jetzt erst. Oder schon wieder eins von beiden. Mein Gott, holst du auf. Hast du wohl einen schnelleren Wagen? Nö. Ich glaube, ich fahre einfach nur besser im Moment. Und ich habe wahrscheinlich auch nicht so viel Sprit dabei wie du. Ich glaube, ich fahre einfach nur besser im Moment. Nein, 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 nein. Scheiße, verdammte Wichse. Äh, ärgerlich. Das gibt's doch nicht. Oh, dann zieht der wieder nach links, ey. Ja, so schnell kann's gehen, meine Freunde. Ach, ist das ärgerlich. Oh gut, dann können wir jetzt dem Hamilton beim Gewinn zugucken. Kurz vor knapp wieder. Ich krieg die Krise. Ja, ich kriege die Krise. da wird der virus wenigstens nicht letzter ganz toll ja gar nicht 25 punkte naja nächstes mal wir sind bei plus eine runde extra benzin sie Mit Frunten kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, der Vettel hängt am Rai Köhnen dran. Zwei Runden noch. Ah, ob der Vettel den Herr Rai Köhnen noch kriegt? Oh, er hat sogar zwei Plätze gut gemacht, der Virus. War gerade aber gelbe Flagge, ne? Ja, ja, der Bottas ist disqualifiziert, der sah auch aus. Ja, ja. Wenigstens eine gute Sache. Oh, scheiße, viel zu viel zu... Oh, Vettel mit DRS, mal gucken. Ne, zu weit weg. Da wird sich nichts mehr ändern. Mal gucken, wo ist denn... Oh, mein Teamkollegen, genau wie der Fandoren fest. Dann machen wir was. Oh, den kriegst du, den kriegst du. Wie viel sprichst du? Mit meinem Teamkollegen. Kann er einfach nicht rumkommen, ey. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 41,4. Hätte den schon längst haben können. Aber so wird er nichts. Okay. So, Rennen dürfte so gerade gelaufen sein. Oh, jetzt Überholversuch. Jawohl! Wird er zwar keine Punkte mitkriegen, aber egal. No. Ach, ich komm einfach nicht ran zum Überrunden, Alter. Ne. Und Mercedes, mal ein paar Motoren abgeben. Für die niedrigen Klassen. Will die auch mal eine Chance haben, ey. Weißt du, was in deinem Auto verbaut ist? Ein Mercedes-Motor. Davon merke ich aber gar nichts. Ja. Das freut mich sowieso nicht mehr anstrengend. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, Jeff, ich weiß. Ja, Jeff, ich weiß. Ja, Jeff, ich weiß. Und der Hamilton geht über die Ziellinie. Ärgerlich, ärgerlich. Und der Vettel hat den Räikkönen immer noch nicht gekriegt. Das ist jetzt eh zu spät. Oh, Peres wird fünfter. Guck mal an, du. War doch gut gemacht. Ja. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Riccardo ist ausgefallen. Okay. Ja, düppelt hier hinten rum. Oh. Gerade wohl. Ja, ich sehe es gerade. Los, quert. Nee, fahren sie in einer Kolonne durchs Ziel. Ah, wie schade. Da wären Punkte drin gewesen. Ja, Virus hat auch nur noch eine Kurve vor sich. Ja. Ich kann auch nicht so, weil... Gelb, gelb. Gelb, 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 gelb. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht auf den Ricciardo warten. Ja. Nee, müssen wir nicht. Wegen. Ach, ist das ärgerlich. Äh, der. 17. Da hätte ja noch schlechter sein können. Romo hat er wenigstens noch. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Was macht denn da einen Red Bull mit vorne bei? Was mache ich denn da mit bei? Lol. Nö, ich habe nur Rot-Weiß da oben stehen. Von daher hast du wahrscheinlich einen Anzeigefehler. Ja, voll der Anzeigefehler. Ich stehe nämlich da als zweiter Platz mit auf dem Podium. Äh, ja. Lol. Ja, wenigstens zweimal Rot. Okay. Na ja, meine lieben Freunde, waren diesmal nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es besser läuft, haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.